Willkommen zurück zu Elisabeth Online, Folge 1243, Folge 20 des Nebenquest-Aufnahmesyklus, Folge 2 der vierten Aufnahmesession. So, wir befinden uns immer noch an Schattenfähen. Wir stehen vor Valrendel, beziehungsweise vor einem komischen Baum, wo angeblich Valrendels Frau drin liegt. Die Leute hier haben ein Problem mit irgendwelchen lustigen Irrlichtern, die anscheinend irgendwie Reisende angreifen. Wir gucken uns jetzt mal Valrendels Hülle an, weil er meint nämlich seine tote Frau sei... Ach du Scheiße, sei hier drinne und ich sehe eine große Illusion. Ähm... Wenn irgendjemand von euch Netflix des A Love, der das Robots geguckt hat, ich kriege einen gerade ein Jenseits des Aquila-Rifts. Wipe. Was sind das hier für Schatten? Achso, Alanya. Ist das nicht der Geist von vorhin? Hallo Alanya. Eine Reisende ruht euch an unserem Kamin aus, solange ihr wollt. Soll ich euch etwas zu essen oder zu trinken bringen? Ich glaube nicht, dass sie das kann, oder? Aber das Problem ist, glaube ich, dass sie selber nicht, also dass das Wiedergeborenen vom Hist werden, da gehen halt auch immer so Erinnerungen drauf. Und das ist ja nicht so, dass die Agunier jeder Einzelne oder wie die Lebenserfahrung von tausend Leben haben, sondern die haben ja eher so Schatten. Na gut, Valrendels Frau. Natürlich bin ich das. Sehe ich etwa nicht wie eine schöne, adlige Hochelfin aus? Arbeitet ihr für das Dominion? Wurdet ihr geschickt, um einen Mann wegen Fahnenflucht festzunehmen? Verschwindet. Er darf nicht gestört werden. Äh... Ich finde die Formulierung, eine schöne, adlige Hochelfin, irgendwie komisch, oder? So, als hätte sich irgendjemand dazwischen gedrängelt und einfach nur die Rolle angenommen. Oder? Klingt so ein bisschen, finde ich. Also so, minimalst, will ich mal so sagen. Tja, das ist nicht über, aber anscheinend spricht nicht meiner Erwartung. Ist das so? Was, muss dieser mich gerne Pizze die Monochromie fördern für Essen? Gibt's das eigentlich? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil das, 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 das wird... Also ich kann tatsächlich von keinerlei praktischer Drogenerfahrung in der Richtung sprechen. Also ich hab, aber das ist, also was mir die Leute so berichtet haben. Die meinten, dass wenn man so LSD in sich reinhaut, dass das nicht so, dass du halt wirklich, dass die Farben halt irgendwie so auf einmal so mehr sind. Das ist, glaube ich, irgendwie eher so eine Pilze-Geschichte, dass du mehr Farben siehst und so Hallus hast. Sondern LSD ist halt irgendwie so, dass da alles so ein bisschen wabert und atmet. Das war so die Überschreibung, die ich gekriegt hab. Aber Monochrom hat doch keiner gesagt. Also egal, welcher Drogenbericht ich bis jetzt angehört hab, das hat keiner jemals gesagt. Na, die Welt wirkt dann total grau und einsam und langweilig. Und hast das Gefühl, du willst von der Brücke springen. Brutippen, die Pilze futtern. Ich mag Schampions. Ähm, ja, ich seh hier doch auch eine Ertäuschung. Meine Erscheinung? Ihr verleumdet meine Schönheit? Mein Mann wird euch hinauswerfen. Und er wird es tun, weil er mich liebt. Er wird bei mir bleiben. Für immer. Ihr hingegen nicht. Oh. Das klingt in der Tat. Könnte ich da wieder rein? Ihr könnt diesen Durchgang im Moment nicht benutzen. Ja, also ich würde sagen, da hat sich irgendein Irrlicht zwischendurch. Also. Das ist halt wieder ein bisschen das Problem. Du kannst halt keine Leute wiederbeleben, die nicht da sind. Also du kannst halt, du kannst halt die Illusionen zurückbringen. Und das ist halt so gerade so trauernde Anverwandte. Die wollen natürlich alles glauben, was wir kriegen können. Aber das ist halt, das ändert ja nichts daran, dass das trotzdem nicht geht. Tja, Tjinsheytale. Sagen wir mal. Tja, ja, seine Frau in Anführungsstrichen. Frau? Er kam ohne Frau. Wie konnte... Wie töricht von mir. Unsere Irrlichtmutter hat die Gestalt von Valrendils toter Frau angenommen. Sie ist stark. Viel stärker als der einfache Geist, für den ich sie hielt. Das ist gefährlich. Naja, die sich etwa von den Sterblichen... Ich meine, die hat es von ewig gesagt. Bei so einem Hochelfen könnte die da echt ziemlich viel Zeug dran haben. Das ist... Was macht so eine Irrlichtmutter halt sonst den ganzen Tag, ne? Sieht man eigentlich ohne Farben besser oder schlechter? Äh... Also ich glaube, Hunde sind tatsächlich schwarz-weiß. Ich meine, das ist... Das Ding ist halt, Farben sind halt so ein Zusatzfeature von Sicht, ne? Wenn du halt mal drauf achtest, wenn es so wie dunkel ist, also so schummrig, dann ist halt auch alles schwarz-weiß. Ich habe hier... Meine ganze Wand ist ja voll mit Bildern. Und so, wenn es halt so ein bisschen dunkler ist, nicht, dann abends kein Licht anhaben, dann scheint halt nur draußen das Straßendicht rein. Dann sind die ganzen Bilder auch alle schwarz-weiß. Also so Farben ist ziemlich das Erste, was weggeht, wenn es dunkler wird. Das ist halt leichter, irgendwie so Händlichkeitsunterschiede zu unterscheiden... Also Intensitätsunterschiede zu unterscheiden, als tatsächlich Farben. Was ist halt... Das ist halt... Das Ding ist das halt... An sich würde ich ja so sagen, dass das... Du siehst monochrom natürlich schlechter. Ich meine, wenn du so versuchst, so Details auf schwarz-weiß-Bildern zu erkennen, ist es teilweise halt auch schwer, ne? Was, den Golden Retardo kannst du leider nicht fragen. Du musst die richtigen Fragen stellen. Ne, das ist auf jeden Fall... Das ist das... Also Farbsicht ist ja schon ein Vorteil, ne? Das ist halt... Details... Details, weißt du, weißt du doch, das... Das ist das Farbsicht ist schon so ein evolutionäres Feature. Da ist ein Mensch noch ziemlich gut drin. Das wäre echt weit voraus. Na gut, ja, wie kann ich da was aufhalten? Den Legenden zufolge kann man Ehrlichtmütter nicht vernichten. Genauso wenig, wie man je den Mond oder die Sterne vernichten könnte. Nein, ihre Essenz muss eingefangen werden. Denn sonst wird sie sich wieder aus den Sümpfen erheben. Ihr neuer Liebhaber liegt ihr sehr am Herzen. Das können wir ausnutzen. Der vor allem die Zufall hierher kommen müssen, die glaubt hat, dass das sofort funktioniert. Das ist natürlich auch beeindruckend. Na, Judy, aber das Ding ist, die Ehrlichtmütter kann man nicht besiegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Wir können ja schließlich... Also, so wenig, wie man die Monde und die Sterne vernichten könnte. Nicht mit der Einstellung, meine Freunde! Also, Monde vernichten ist wesentlich einfacher als Sterne. Aber sowohl das eine als das andere geht. Ach, alle Sandra, grüße dich. Na gut, hast du einen Plan? Ich habe immer einen Plan. Wir müssen sie in etwas Uraltem und Mächtigem einsperren. Seht ihr die Xan-Meere in der Ferne? Jede von ihnen birgt Bruchstücke, die ich brauche, um daraus ein Gefängnis zu bauen. Ich werde die Ritualstätte vorbereiten. Sammelt die Teile und trefft mich dort, wo die unlängst Verstorbenen begraben werden. Die Mission ist tatsächlich übrigens interessant. Glück gehabt. Mal wieder 20 Minuten mit einem sinnvollen Nebenauftrag geführt. Oder beziehungsweise 40 Minuten. Das hätte ja auch durchaus anders laufen können. Ich hatte den Tag für die Nicht-YouTube-Iso-Gucker. Hatte ich einen Auftrag, der war wortwörtlich. Hier schupp mal ein bisschen unser Heu von A nach B und sammle danach die Irrlichter raus, die da rauskommen. Und danach kannst du die hier an meinen Väter verkaufen. Der möchte damit angeln. Das war so lächerlich als Quest. Das hat 10 Minuten gedauert. Was sind das hier für Bandkreise? Ach, klar. Da habe ich mich wirklich geärgert, dass ich das gemacht habe. Also wirklich. Ich habe selten etwas Schlimmeres gesehen. Zerbrochene Fropfen? Das alte Relikt auf diesen Sockel surrt vor Energie. Während ihr euch nähert, füllt sich euer Mund mit dem ausgeprägten Geschmack von Salz. Deshalb brauchen wir eine Fropfen nehmen. Also die meisten Autoren beschreiben das übrigens immer, wenn irgendwie so energetische Sachen sind, dass sich das irgendwie so ein metallischer Geschmack im Mund ist. Weil ich irgendwie das Blut absetze oder so. Das ist das, was eigentlich eine Regel, die Trophel ist für solche Fälle. Naja, was soll's. Es gibt nachträgliche Spezies, die brauchen keine Farben. Und sie können da ein bisschen eine Frau suchen sehen. Das ist bestimmt auch interessant. Ich habe mich daran einladet, dass ich irgendwie mal Geld auf das Projekt Spiegelreflexkamera leiten wollte. Größtenteils, weil ich gerne nachts Fotos machen wollte. Weil meine jetzige hat halt einen relativ... anders. Die hat wenig Oberfläche und ist technisch nicht so weit, dass du damit ziemlich lange Belichtungszeiten brauchst, um überhaupt so ein paar Knie-Amosphären irgendwie, selbst in der Festbrennweite, irgendwie sinnvoll Bilder zu machen. Die dann halt irgendwie noch wurden, die nicht total verschwommen sind. Und ich würde heute gerne mal ein bisschen Nachtsfotos machen. Hätte ich auch Bock. Vor allem brauche ich halt mehr Auflösung. Naja, egal. Die Ohren hat ja so Lust, die Agonia drauf. Das Alte Relikt auf diesen Sockelsot für Energie, bla bla bla. Fropf kombinieren. Viertes Ritual mit 10 JT oder so. Ja. Nachtfotografie, sehr interessant. Mach ich eigentlich ganz gerne. Was ist das ganz gerne? Delinglich. Aber eigentlich lohnt es sich nicht für mich, ob ich die Kameras verkaufen. Das ist das Problem, wenn man so viele Interessen hat. Die kosten halt immer alle Geld, um sich daran zu vertiefen. Und am Ende machst du nichts davon so richtig. Und dann liegt das so grob. Hallo, Lutz. JT. Grüß dich. Die Urne, die ihr bei euch habt, enthielt einst die verfluchten Seelen derer, die niemals zum Hist zurückkehren können. Das war die Strafe für ihre Gotteslästerung gegenüber Saxel. Über die Jahre hat sie etwas von ihrer Kraft verloren. Aber für unsere Zwecke wird sie noch nützlich sein. Ja, und jetzt? Ich muss den Ritus abhalten. Eure Aufgabe ist einfach. Lasst keine Seele in diesen Kreis. Denn sonst werden sie ebenfalls gefangen. Äh. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Das Ding ist, ich ahne schon, dass der Typ da den letzten Moment reinspringt. Und dass er so... Nein, komm mit! Na gut, lass das. Äh. Heißt, die gerufenen Geister vom Dualkern fern. Das Gefäß ruft nach längst verlorenen Seelen. Sie kommen. Äh. Guck, wer da beinahe reingekommen ist, der Geist. Warte, jetzt ist das... Das sollte ich vielleicht doch mal in Third Person spielen, aber dann sehe ich das nicht. Rechtzeitig. Äh. Ich würde gerne eine Tower bauen können. Puh. Zum Glück sind die One-Shot. Okay, gut. Das war jetzt einfach das gedacht. Warum bin ich jetzt eigentlich nicht in den Rituralkreis mit drinne? Oder haben wir jetzt noch irgendwelche random Leute mit eingefangen? So. Hallo, TJ-Tail. Was läuft? Das Artefakt ist bereit. Öffnet es nicht, bis die Zeit reif ist. Das ist ja klasse. Okay, und wann sollte ich das denn tun? Ihr solltet das Gefäß zur Ehrlichtmutter bringen. Sie ist derzeit noch sehr mächtig. Also müsst ihr sie zunächst schwächen. Dann öffnet ihr das Gefäß, damit es ihre verderbte Seele aufnehmen kann. Ihr erhaltet. 302 Gold. Quest abschließend. Vielleicht braucht ihr die Hilfe von Valrendil, um die Ehrlichtmutter zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass Valrendil euch helfen will. Na, ich könnte ja lügen. Ist sie immer noch in der Höhle? Ich weiß nicht, wo ich sonst noch schauen soll. Armer Valrendil. Ich fürchte, die Ehrlichtmutter wird ihn ausnutzen. Sie wird ihn dazu zwingen, sie zu beschützen. Obwohl Gewalt seinem Wesen eigentlich zuwiderläuft. Ihr müsst Erbarmen mit ihm haben. Und See muss aufgehalten werden. Ja, warte mal, dass das Gewaltläuft seinem Wesen zuwider. Der Typ war immer beim Dominieren Militär. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich eher eine Zeit, wo man nicht so viele Möglichkeiten hat, dem Militär zu entkommen. Aber da hätte man sich ja bestimmt auch als Schreiber hätte verdienen können. Obwohl, das wissen wir nicht, ob er es getan hat. Na gut, ich gucke mal nach. Der Buch heißt übrigens unser aktueller Auftrag. Das notiere ich mir hier gleich mal so gleich. Mein Buch. Irgendwann ist dieses billige Notizbuch vorbei. Dann habe ich endlich wieder Vorwand, mehr Notizbücher zu kaufen. Wenn ich dafür nichts verwende. Das ist auch schade. Ich kaufe mal ein bisschen Notizbücher, die eigentlich... Also ich habe gemerkt, dass ich ein... Ich kaufe gerne Notizbücher. Vor allem teure Notizbücher. Da kostet dann so ein A5-Buch kostet dann wie 15 Euro für ein bisschen Papier. Für 100 Seiten. Aber das schreibt sich wirklich besser. Ich weiß noch, wie ich damals als Schüler irgendwie teilweise so Blöcke habe, die sich halt geschrieben haben, als hättest du die irgendwie gerade aus Holzresten zusammengebaut. Wo dann die Tinte so komisch verlaufen ist und das war total Mist. Und jetzt habe ich halt wie so hochwertige Blöcke, die ich halt so für Meeting-Notizen nutze. Das ist schon ein Riesenunterschied, sage ich euch. Na gut, überzeugt werden wir von der verretischen Natur der Irrlichtmutter. Das wird ja wohl ja nicht klappen, oder? Ihr. Meine Frau hat mich gebeten, niemanden, besonders nicht euch, in unser Heiligtum zu lassen. Es war herzlos von euch, solche Furcht in sie zu pflanzen. Geht! Ja, folgendes. Da gibt da so kleine Probleme, Bursche. Ha! Lügen. Sie hat mir erzählt, dass ihr so etwas sagen würdet. Warum ihr als Fremde sie nur so hassen könnt, begreife ich nicht. Tja, ähm... Was geben sie sich in einer gemeinsamen Zeit vor ihren Tod? Hat er denn jemals gefragt? Sie hat vielleicht einige Kleinigkeiten vergessen. Ihr wisst nicht, welchen Tribut der Tod einfordert. Das ergibt keinen Sinn. Ich mag euch jetzt vielleicht nicht aufhalten können, aber ich werde nicht aufgeben, es zu versuchen. Ähm... Ja... Hm... Ähm... Wenn ihr nicht aber erfunden wird, dann werdet ihr selbst ein Ende bereiten. Nein, wir versuchen ihn ja zu retten, haben wir ja gesagt. Wir sind ja gut. Und außerdem, wenn er stirbt, können wir nicht aussaugen. Ich... Was? Nun gut. Manchmal denke ich schon, dass mit dem, was ich da vor mir sehe, etwas nicht ganz stimmt. Manchmal sehe ich etwas aus den Augenwinkeln oder wenn sie denkt, dass ich nicht hinschaue. Bei Annoyels Klarheit, habe ich die feste Mitte verloren? Die feste Mitte? Äh... Das war jetzt überraschend. Einfach ihn daraufhin zu überzeugen, ne? Ach, guck mal. Auf einmal ist das ja eine Höhle, die wesentlich größer ist. Oh. Was ist das für ein Ort? Bei den Göttern, was ist das? Äh... Das ist, ach so. Gefangene Seele. Äh... Nein, gut. Ihr habt unser gemeinsames Leben ruiniert. Alles ist vorbei. Wuii. Ach, guck mal. Ein Überriss deiner Höhle, Mutter. Zack. Das war ja einfach. Das... Das ging ja tatsächlich ziemlich flüssig über die Höhle. Jetzt hat sie halt... Hat er eine flüssige Mitte. Ja, scheint so, ne? Es ist echt dunkel, dieser Höhle. Also ungewöhnlich dunkel, so für Orte, nee, so. Normalerweise hast du immer so ein paar Wackeln. Siehst du mal, warum. Hallo, Varendi. Grüß dich. Ihr hattet recht. Mit allem. Meine Frau ist immer noch genauso tot wie zuvor. Es war einfach alles eine Lüge. Tja, aber das... Da fühlst du dich jetzt jetzt ein bisschen besser. Ich war blind. Ein verzweifelter Meer, der von seiner Einsamkeit getäuscht wurde. Sie muss mich geliebt haben, wisst ihr? Sie hat mir so oft das Leben gerettet. Vor Spionen des Dominions. Vor Kreaturen aus diesen Sümpfen. Sie... Es... Muss wirklich etwas für mich empfunden haben. Tja, aber dass das Problem ist... Das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Was motiviert so eine Irrlichtmutter? Das ist halt... Hat sie daraus irgendwas? Können die Emotionen? Das wäre jetzt mal tatsächlich mal so ein Untersuchungsgegenstand. Und was macht der jetzt den ganzen Tag? Ich weiß es nicht. Ich sollte hierbleiben, sofern Shijai-Tel es mir erlaubt. Kein anderer Ort wird mir sichere Zuflucht bieten. Und meine Leute werden mich für meinen Verrat hinrichten wollen. Ich kann immer noch meine Studien betreiben. Und vielleicht wird mir sogar eines Tages vergeben werden. Naja, das Ding ist halt immer, der sagt das hier so. Das sagen, meine Leute werden mir niemals vergeben. Aber ganz ehrlich, der könnte das halt... Wer weiß denn bitte schön realistisch, wie er aussieht? Halt seine direkten Übergebenen. Und selbst die werden das mit der Zeit verlieren. Und der kann hier halt sich fröhlich seine Studien in Dings machen. Und danach kann er halt irgendwann wieder zurück einwandern nach 100 Jahren. So als Altmaier hast du ja echt Zeit. Und das ist die Altmaier vergessen Dinge. Weil du kannst halt woanders dein Leben aufbauen. Das ist ja nicht so, dass du... Er kann ja, hat ja anscheinend Fähigkeiten. Na gut, wir kriegen ein bisschen den Irrlicht-Schnitt. Ich versuche es auf diesen. Yo, der Bruch. Das war relativ einfach. So, Judi. Und dann reiten wir mal weiter zur nächsten Mission. Ihr habt die Tyrannei der Irrlichtmutter über die Lebenden beendet. Ja, dass das der Nachteil in der ganzen Geschichte war, dass die halt so ein bisschen ausgerastet sind. Tiefgräber wird für die Pilger wieder sicher sein. Und der Altmaier kann hier bleiben, wenn er es wünscht. Er hat genug gelitten. Vielleicht findet er hier wieder sein Glück. Ja, dann lebe es wohl. Was ist das denn hier noch? Ach, guck mal, Baiser hat auch eine Quest für mich. Mit dem haben wir gerade vorhin geredet. Dann reden wir mit ihm, vielleicht hat er irgendwas Neues noch. Aber machen wir im nächsten Mal. Vielleicht ist es ja auch sogar entspannt.